Ja, Nia, gerade frisch getanzt irgendwie und total berauscht von der Musik, von all dem, was ich heute gelernt habe. Nia ist viel mehr als nur tanzen. Es ist eine Philosophie, es ist ein Lebenskonzept, es ist ein Weg dazu, wie ich mit lernen kann. Es ist ein Weg zur inneren Gesundheit und Ruhe zu finden, durch Bewegung, durch körperliche Bewegung, Tanz, zu sich selbst zu finden, in Ruhe zu kommen, sich mehr zu spüren, zu spüren, was der Körper braucht. Und es bewegt ganz, ganz viel auf allen Ebenen und es ist wunderschön.